Dieser Ford Transit steht hier zum Verkauf. Der weiße Transporter ist dreithürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, Multifunktionslenkrad und noch vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 125 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Papier ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.